Unsere fünf Teilnehmer haben zwei Wochen Zeit, um eine 100 Kilogramm Langhandel von der Startzone in Pokhara, Nepal, zum Annapurna Base Camp hinaufzutragen. Auf über 4200 Höhenmeter führen sie dann die höchste Trainingseinheit der Welt durch. Für dieses Unterfangen darf die Langhandel mit den einzelnen Gewichten taktisch auf alle Teilnehmer verteilt werden. Während der Challenge durchstreifen sie drei verschiedene Klimazonen und ab 2400 Höhenmeter sinkt der Sauerstoffgehalt spürbar. Die Gefäße verengen sich, die Durchblutung nimmt zu und Flüssigkeit drückt sich in die umliegenden Zellen. Aber nicht nur die Höhe birgt ein Risiko für unsere Teilnehmer. Die Umstellung der Trink- und Mahlzeiten, die hohe Luftfeuchtigkeit und viele weitere unkontrollierbare Elemente. Wie denkst du über die höchste Trainingseinheit der Welt? Würdest du es schaffen? Willkommen zum Iron Summit 2023.